Ach du Scheiße, jetzt ist auch noch Nacht, würde ich mir schon wieder ans Hiss einpissen. Was sind die? Ach, wie sie ist es hier? Was ist denn das? Da haben wir was durchgestrichen ist hier. Egal. Auf jeden Fall lässt sich's mit dem Katana jetzt gut leben. Bei mir ist alles auch soweit okay. Ich habe jetzt 80% Energie oder so. Schätze ich mal. Ich bin voll. Hier kann man wahrscheinlich was essen oder so, weil die so komisch anhält oder nicht? Aber es wird kalt hier. Oh ja. B? Voll auf die Post haben wahrscheinlich. Ich mach mal Feuer, ey. Ich hab auch Feuer gemacht da hinten oder was? Ich bin nur das Feuerzeug von hier. Sie jagt noch. Ich bin nur das Feuerzeug von hier. Ich bin nur das Feuerzeug von hier. Ich bin nur das Feuerzeug von hier. da kannst du die. Hä? Ich bin schon wieder durchgefroren. Ich nicht. mach ich nicht. Was war das? C? Ja, du musst dir hier doller reinschmeißen. Ich hab jetzt irgendwas fresse ich gerade oder so. Scheiße. Ich esse mal was. Ich muss auch mal schlafen hier, Leute, ne? Don't sleep. Na gut, singen. Das ist nicht so meins. Ich würd das so gerne equipen, dass ich einfach zwei drücken und ich hab das Katana oder so. Aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich drück jetzt erstmal eins und dann hab ich zumindest die Flugzeug jagst. Das ist ja schon mal was. Ich bin schon wieder am frieren. Ach, wir sind hier in dieser scheiß Schneegegend, ne? Also ich bin nicht am frieren, komm her. Ja, sie macht schon Feuer. Wow, very cold here. Dafür sind ja die Dollars. Du hast du eine sauberes Wasser zum Trinken. Inventar. So, da hab ich genug. Oha. Ich hab auch so da. Wir brauchen Bäume, Malin. Das scheint hier wohl ein guter Platz zu sein, sonst würde sie oder er niemals da so ein aufwendiges Haus hinsetzen oder hast du das gemacht? Nee, ne? Ich wüsste ja nicht mehr, wie das geht. Du hast Kugel drückt. So, so. Du musst einfach B drücken. Ein Buch, weißt du? Ja. Und dann kannst du dir da verschiedene Sachen auswählen. Das kannst du sonst auch nochmal offline in Ruhe anschauen, dass es da alles so geiles gibt. Und dann kannst du da so ein Dings auswählen und das mit R dann auch drehen. Bei einem brauchen wir noch. Hat jemand noch einen Stamm? Sie arbeitet gerade an einem Baum. Bring ich mit. Man kann nicht mit mehr dran arbeiten, ne? Nee, ich glaub das bringt nix. Doch. Das bringt doch was. Auch da hätte noch einer gelegen, sehe ich gerade. Fällt noch mehr. Sie will hier wahrscheinlich ein Haus bauen oder was? Keine Ahnung. Kannst mal C machen, weil das ist ein schöner Spielstand jetzt. Erstmal mache ich jetzt weg damit. Bei meinem kurz AFK. Okay. So. So. Wow. Uh-oh. All right. So. 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 da hab ich nix von lebe ich noch ok eine erste mehr nix weißt du was ich jetzt mache ich gucke noch mal reden mit meinen katana und so dass das muss doch gehen in die mitte das war so dann das katana in die mitte an die zwille in die mitte und wie geht das ausrüsten entfernen ausrüsten habe ich nur in der hand das gibt's doch nicht jetzt sogar ein schönes konzern gefunden echt hat sie noch mit gehört wahrscheinlich wie schnell die jagd und dies und das ist es und was dann irgendwie wollen wir schon wieder irgendwas wahrscheinlich etwas aufzuhängen ok und wir machen sie jetzt weg mit dem katana oder was ich habe meine medizin getrunken weil ich hier meine alkohol keine ahnung wie kann man das dann wieder zurückholen scheiße wusste denn erstmal eine lampe anmachen hier mit sie sieht dass ich komm kommst du mal mit wo bist du denn sie will uns irgendwie zeigen wo man bauen sollte und wo nicht oder sowas habe ich das verstanden ich sehe da jetzt sowieso nix im dunkeln ich will doch kein baum fällen man es doch zwei bis vor die zwei wo ist es da make a stick back you can carry more sticks you know weapons two short keys i have quite some problems with the short keys doesn't work i i thought i have to put the back in the middle and then for example the katana and then you put the back in the middle yes then you put the katana in the middle yeah and then that's that wheel that can spin you combined it and then you can press one two three or four okay i try this in the middle combine it to make okay yes like a quiver or a stick back or anything you can just put for example one rabbit fur on the middle then you hover your um the mouse over the wheel and it will tell you exactly what you're gonna need okay okay it works helps a lot uh yeah yeah i'm very cold okay thanks a lot it helps i'm very cold oh you are warm gray you are burning ich brenne ich ja was greift uns an 122 ist jetzt katana 1 ist axt 2 ist katana und 3 ist zwille und 4 ist scheiße es trinken medizin also 4 nicht 4 ist natürlich gut wenn man jetzt gerade angegriffen wird aber wenn man die held 100 prozent hat ist das glaube ich nicht so sinnvoll dass du vorbei dann einmal den ja jetzt habe ich auch eins ist katana bei mir was habe ich denn jetzt ja jetzt weiß ich auch wie es geht okay was war denn zwille 1 2 3 3 was heißt dass der andere tüte den gerade da rennt der hier nochmal eben vorbei da musst du übrigens zweimal nehmen weißt du das muss das wollen wir nehmen wenn du jetzt aber ich muss mal eben wenn du moment erfasst möchte ich nicht mit zwille auch abschießen mit headshot was wollte ich überhaupt sagen ich weiß es gar nicht mehr scheiß egal i want to show you how to do the energy mixes if you are running and you are running out of energy you just take one quickly and then your energy will be pull it we can show you here okay okay das hier oder was ich habe gar nichts gesehen das war so ein violettes gewächs hier sind zu aller manchen und ich nur eine kleine ok was sind das der maschine drücken egal wie du ist ordentlich die blauen bären da oder was ich schon weggefunden wie seid ihr darauf gekommen war dann bin ich hier falsch ja ja verlangt kam die smock chicory ok es ist kein flower hier ach noch kein flower marigold diese orange one is the marigold is for health the chicory is for energy just run around and pick it up quickly and we collect it with e yeah you will see it and you press e ok mix was hast du denn jetzt gemixt zwar mal diese komischen dinge aus die sehen wie aus wie gänseblüben und dann einmal so ein rocola rucola rucola das gelbe ringelblumen habe ich nur rucola überhaupt nicht ein chicory chicory und zweimal sonnenhut bei mir geht das nicht mal genau das ist egal ich brauchst du es nicht bist du sicherlich nicht es ist ganz wichtig wenn du rucola und 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 du rucola ganz ehrlich ich glaube ich muss nochmal selber irgendwie in ruhe weißt du weil irgendwie hat er das nicht aufgenommen bei mir da ist immer so ein tuch weißt du das hab ich dir jetzt geklaut ja ja zwei tücher ich weiß hä wo ist er siehst du sie in s nein nein ich zieh nur dich so ich brauche gar nicht mehr eins und das war doch ein james bonn oder nicht weißt du wie der eine sauna den verprügelt hat die sich tatsächlich bei den dreharbeiten zwei rücken drücken was hier ratten ich hätte den kopf super ich muss da gleich nochmal online gucken ich habe das gesehen du kannst das mit dem mission dann kannst du schnell hier 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 es hier 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 Das ist eine Coneflower. So, you can mix the pink flower with aloe and the marigold for health. Or you mix the pink flower, the coneflower, cherry and aloe for energy. But you will see as you go online, you will learn. Yeah, you can just walk around here and you will see it. You can see it. Nice, thanks a lot for teaching. Nice, nice. Thanks a lot for teaching us. Thanks for your passion. If you look down, you will see it. Is there also one? Hast du schon so was eingesammelt? Yeah, yeah. Okay. Okay, I think we can get a modern axe so you can chop trees quicker. Okay, ja, klar. Machen wir. Alles gut bei dir, Martin? Das war nicht bei mir. I just want to make my energy mixes. You can also do yours. Ach da, mein energy kriegt Essen. Zack. Fertig. Ich hab ja noch vergammeltes Fleisch, oder? Ausrüsten. Ja, Prost, Fleisch. Nehme ich so ein gammeliges Fleisch in der Hand da. Kombinieren, Outfit, hmmm. Ganz ehrlich, ich muss meine Schokoriegel essen. Ich krieg das nicht hin. Kombinieren, das hier mit dem hier. Ja, das geht. Kombinieren. Und jetzt? Könnt ihr das essen, oder was? Kombinieren, kombinieren. Essen. Oh, ich ess das jetzt. Ja. Okay. Das hier kombinieren mit dem. Dem kombinieren mit dem. Ne, auch nicht. Den mit dem. Das hat irgendwo einen Sinn ergeben. Kombinieren. Weiter. Mensch, macht doch nicht so einen Stress hier. Immer noch gar nichts. Ja, ich hab einen getroffen. Cool. Den kannst du mit dem Dings ganz einfach. Ja, aber ich hab's mit der Zwille gemacht. Wir wollen mal gucken, ob's... Eventar, wie viel Federn habe ich? Fünf. Nicht den Rucksack. Okay, I'm going down and wait for you on the bottom. Sie ist irgendwo unten. Ja. Wait on the bottom, ja. Von hier sind alles Fische. Wie war das mit dem scheiß Bow? Ach, ein Seil brauche ich da, ne? Ja. Hast du mir letztens erzählt. Und Klebeband, oder was? Ne. Was denn noch? Stoff vielleicht. Handgemachter Bogen. Stoff, ja. On the bottom. Bist du auch irgendwo, Martin? Wo seid ihr? Ja, unten. Unten, runter? Before we go for the modern acts, just safe. So if something happens, you don't lose everything. Can I fall? Kann ich hier runter? Seid ihr so runtergesprungen oder seid nicht? Ja, wir sind runter. Wir sind runter. Und an die Wand dran halten. Ja. Da kannst du so runter. Und dann Dings da hier ein bisschen schräg laufen. Das geht nix so. So, dann machen wir erstmal ein Safe, oder? Safe. Auf jeden Fall. C, ne? Eu und Sch tourism optimale. Burs muted. Ja, also motor. Boer. 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 Bis zum nächsten Mal.